Ja, hier an Bahn 1 haben wir eine Par 4 Bahn. Links der Weg, wo die Leute zu sehen sind, ist OB. Hier also immer schön vorsichtig sein, dass da nichts passiert. Mit der Par 4 ist das hier ganz gut zu schaffen. Nach hinten wird die Bahn ein bisschen enger und dann gucken wir mal, wie das dann aussieht. Erster Wurf, freie Bahn, zack, schöner Heiser. Und dann auch ein schöner, super schöner Wurf. Ganz locker die Scheibe rausgeworfen. Schöne Annäherung. Dann Konzentration für den Pad. Zack, da ist er drin. Ja, und dann könnt ihr in den Korb auch immer reingucken. Da sind so Pfeile drin für das Next Tee. Das geht dann hier da so runter und dann ist da Tee 2. Ok, bis danniséOR. Bis zum nächsten Mal.